Jo, noch eine Episode, aber diesmal mit dem Phallus, muss man sagen, der Jahrgang 10 ist und ähm... Hurray, I'm playing against Brainfire. Phallus spielt Stitches. Nichts hält den Schwarm auf. Tyrande! Ich folge der Stimme Eluns. Lass mich durch! Ich bin ärzt! Lass mich durch! Lass mich durch! Lass mich durch! Lass mich durch! Rang 24 Nova. Mit Rang 4 Morales zusammen mit dem Team. Das kann ja heiter werden. Die Carry ist real. Ne? Das wird ein richtig hartes Spiel. Mit Rayna, der geil ist auf der Karte. Leoric, der geil ist auf der Karte. Sylvanas. Ja gut, da ist die Zagara ganz gut gegen. Ich mein gut, at least wir haben Kälters und Tyrande, ne? Und Zagara. Das ist doch schon mal was. Ich mein, versteht mich nicht falsch. Ich hab jetzt auch nix gegen Stiches, ja? Gegen Kleiner. Aber du musst mit dem richtig gut können, dass er was kann. Ja, und wir haben wieder keinen Stun für Tyrande, ne? Oh, nice hack. Aber. Fair pain. Dann kommt doch her für die Globes. Hallo, Tanks! Lasst mich doch nicht alleine! Tropfsteinhöhle! Alter, die Full-Life-Tanks laufen einfach weg, ne? Alle. Das ganze Team. Oh man, das war natürlich hard fail, ne? Ich war geslowed, ne? Ich konnte nix machen. Geschlut! Na, ist halt. Aber. Not good enough. The Team meine ich, ne? Komm. Komm. Neverserender und so. Sieht gar nicht so übel aus. Ah, lag 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 lag. okay Oh Huba, das Spiel verlassen No Damage Oh, aber ich krieg welchen Komm schon Kommt Valus Gib dir ein paar leckere Gloops Was ist das? Oh, man Was ist das? Es soll geschehen. Sehr gut. Uptown is down. Und schon ist der Ausgleich da. Und schon ist der Ausgleich. 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 Sehr gut. Und schon ist der Ausgleich. 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 Der Ausgleich. Hab ich echt nicht mitbekommen. Ich ziehe mich zurück, um später erneut anzugreifen. Team, where are you? Was nicht, was ich habe gemacht? She is a team of enemies, right? The turtle is a team of enemies. We cannot do anything. Your enemy can do anything. Let's go! Die Sonne erleuchtet meinen Pfad. Chain bomb. Die Sonne erleuchtet meinen Pfad. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, ich bin der einzige Überlebende, warte jetzt natürlich auf mein Team. Das war's für heute. Das war's für heute. Nice, Hackphalos. Richtig nice. Alter, der Leoric ist voll die Birne, ey. So soll es sein. Das war's für heute. Ich empfehle, diese Selber-Alpha einzunehmen. Das war's für heute. Yo, mal wieder ein Win. Ich lasse euch euer Leben. Schade, dass er vorher, äh, leider, wie der Pech wollte, mit dem Beineberg nicht funktioniert hat. Lag jetzt aber weniger am Beineberg, sondern eher an der Tatsache, dass mit dem Rang, ne, ich meine, der Beineberg müsste Rang 33 sein, da hat man schon teilweise richtige Bobs im Team, ne. Naja, hier sind nochmal die Stats für euch, ich hoffe euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.